Da gibt es einen Freistoß für. Junge, ich will einen Clip davon haben. Der war so was von fett im 16er. Das gibt es doch nicht. Brasilien! ST! Was redest du? Brasilien, ST! Ich muss los! Ronaldo! Was geht ab? Der Pet-König ist da! Oh, Walk-Out! Da ist einer! Oder? Zum Glück ist bei mir keiner zuhause, Junge. Scheint... Klippen, EA, FIFA Deutschland. Herzlich Willkommen zum schlechtesten Spiel Deutschlands. Der Welt? Der Welt. Digga, was passiert denn hier? Neuer? Nein. Nein. Scheiße. Seriously, what the fuck are you doing? Oh, leg dem den Ball in den Lauf. Hör ich sofort auf, Digga. Oh nein, hier, oh nein, Agustianus. Prinzip. Nein. Hanke, DraftEck gegen ihn verloren, gewonnen. Ja. Ja. Das muss ich erstmal im Problem halten. Nein, 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 nein. Ich sag gleich, der paniert mich, aber komm rein pushen. 30 Spiele, äh, 90 Spiele, 90 Spiele hatte der. Ehrlich? Ja. Ich hab kein Game verloren. Oh man. Hab ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Oh Gott, ist das schlecht. Hä? Weiter. Nein. Oh. Ist nicht. Fickt mich sowas, ne? Ah, Alter. Ist das traurig, Alter. Enges Ding. Aber der ist schon gut. Ja. 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 Da. Ja. Ja. Oh. Wie geht's, Mann? Auf! Come on! Ruter Ball. Jaaa! Der Vertrag, dass du viel Ruhe hast. Passtbar. Oh, ich weiß. Wie kann man so langsam spielen, ehrlich? Kilian! Kilian! Hey! Ja, Mann! Come on, Junge! Wuuu! Mich am Arsch. Wenn du jetzt auf ganz spontan einfach sowas Hestiges da reinanimieren könntest. Gigi! Gigi! Der leckt mich am Arsch! Hey, das ist ein junger Kalle. Also der ist auf jeden Fall komplett im Arsch, der Hammer. Gib mir mal die Einzelteile, James. Noch hier drin? Ich höre dich, ja. Ihr hört euch. Mocki, ich möchte dir nicht ans Bein pissen, aber ich sag's dir freundlich. Urteile nicht über andere, sondern erst selber in den Spiegel schauen. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Mann! Das ist einmal. Dass du jetzt noch einen raushaust, ne? Bei dem, was du da gerade abgezogen hast. Das ist ja geil. Oh mein Gott. Das ist jetzt einmal. Ja, ich bin dabei, ist gut. Mocki, guck in den Spiegel. Geht auch gemütlich. Informier dich, was sie vielleicht... Wäre optimal, wenn du wüsstest, was sie gerne im Fernsehen guckt. Film gucken dann. Erst gut essen, dann ein bisschen diesen Wein und so aufmachen. oder irgendwas Alkoholisches anfüttern. Dann bei Filmen. Hahaha, viel lachen. Hihihi. Diesen Weg musst du gehen, Junge. Der ist top. Da fühlt sich wohl, ist gut genähert. Mit steigendem Alkoholpegel. Wenn du immer mal wieder nachschüttest, wirst du auch immer hübscher. Digga, das ist so zähflüssig. Kennt ihr diese Suppen? Die zähflüssig das Grauen sind. Du freust dich auf eine schöne geschmeidige Suppe im Mund. Und dann hast du aber auf einmal... Denkst du, das ist ein Schnitzel. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Guck mal, Riedl verhindert Tor. Junge, bist du komplett Banane. Guck mal. Guck mal. Riedl verhindert den Einschlag, Junge. GG, gute Defense. Junge, der sabotiert mich. Schießen. Zähne erfrieren. Köwig-Powrensch. Hahaha. 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 Absoluta magic moment here on Street. Danke sehr. Tschüss. Musik. Unde sind Sie mit seinen Re headache oder siehe. Musik. Musik Musik. Musik. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ja! Ja! Oh, Kevin De Bruyne! Oh, Kevin De Bruyne! Junge! Eier, Bruyne von Dijkstra, alle 99er gesehen. Und jetzt noch 5 Tore. 5 Tore? Ja. Ich tue mein Bestes. Warte, atmest du so durch. Gewonnen. Spiel es aus. Ja, gewonnen. Ich schlag ein. Schlag doch ein. Ich stink sauer, weil er einschlagen soll. Das ist auch Riesbaden, den gelben. Da, guck. 4 zu 2. 4 zu 2. Ja. Aber warum hast du nicht 5 gemacht? Ich habe keine 5 geschafft. Ist 4 nicht gut? Nein. Ist die nächste Möglichkeit, Mocki. Ganz, ganz ruhig, ganz entspannt. Sucht er die Abschlussmöglichkeit und die nutzt er. Boah, was ein geiles Ding. Das 2 zu 3. Ja. Dann lächelt er. Kann man mal so machen. Immer stark gemacht. Aber das ist genau das, was sie nebend ausmacht. Die Ruhe weg. Dreht sich da eben erst nach innen rein. Zieht dann wieder nach außen weg. Macht das richtig gut. Also wie gesagt, Glückwunsch. Brutale Leistung. Also Hut ab. Danke, danke. Hut ab. Das muss ich schon sagen. Aber mir war schon klar, ich hatte dich auch im Finale gesehen. Mocki, was machst du da? Naja, du musst ja auch was für den Turniersieg kriegen. Oh mein Gott. Danke, danke. Vielen Dank. Das muss ich ja auch lohnen. Also nur, weil ich vorher kein Preisgeld ausgebe, damit nicht so viele Männer sich gereizt fühlen, kriegt das nicht so, dass keiner was kriegt hier. Also ich sag mal, das Ziel, was wir hatten, dass so ein bisschen, was heißt, Aufmerksamkeit für... Ja, ich glaube, das haben wir hingekriegt. Für das für die Frauen-Ding, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also du hast super Werbung für dich gemacht. Auf jeden Fall. Und bei mir war auch absolut immer begeistert mit dem Chat, also... Kopfhörer gewinnen. Fleisch, da riefst du morgen nochmal an. Guck mal, Papa. Ja, James, guck mal jetzt da rein, da rein. Was? Guck mal. Jetzt? Ja, Mocki, ich schalte mich später mal in, wenn ich wieder daheim bin, wa? Alles klar, bis später. Mein Freund, hörst du mich? Straf dich jetzt, Junge, und lauf auf deiner normalen Position rum. Sonst bist du raus. Letzte Chance jetzt, straff dich. Ich hoffe, die Ansage hat ja gehört.